Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Mikrocontroller-Kurses. Heute geht es darum, das C-Programm, was wir uns beim letzten Mal angeguckt haben, einmal zu übersetzen und mal zu gucken, was eigentlich bei dieser Übersetzung des Programms genau von der Entwicklungsumgebung gemacht wird. Wir gucken uns nochmal das Programm im ComPyler an. Hier sind wir in der Entwicklungsumgebung in der C-Datei und sehen direkt zu Anfang nach den ersten Kommentaren gibt es einen Include-Befehl. Mit diesem Befehl kann man weitere Dateien einbinden. Also nicht alles, was benötigt wird, muss in dieser C-Datei geschrieben werden, sondern man kann auch weitere Dateien nutzen und entsprechend einbinden. Das passiert hier am Anfang mit der Datei REC 52.h und in dieser Datei REC 52.h werden Special Function Register deklariert, was das genau sind. Special Function Register können wir uns mal eben angucken. Wir sehen hier auf der linken Seite die REC 52.h direkt in der Liste und können das mal öffnen. Und da sehen wir zum Beispiel, dass wir unseren Port 0, den wir ja in unserem Programm beschreiben und laufen, wechseln lassen, entsprechend eine Deklaration bzw. hier auch eine Definition angegeben wird. Und zwar, um dort auf den Port 0 eine Ausgabe zu machen, muss man in eine spezielle Adresse schreiben. Und das ist die Adresse Hex 80. Um sich aber nicht immer diese Adresse merken zu müssen, wird in dieser REC 52.h eine Special Function Register, ein Name quasi definiert, P0, so dass ich immer in P0 schreibe. P0 steht für Port 0 und das kann man sich natürlich erheblich leichter merken als die Adresse. Genauso viel wie Port 1, Port 2, Port 3 und so weiter. Und so gibt es weiter unten immer weitere Register, Special Function Register, die dort definiert sind und mit entsprechenden Adressen versehen werden. Zum Beispiel hier auch für unsere Ausgabe auf der reellen Schnittstelle sind hier entsprechenden Namen reserviert, so dass wir da reinschreiben können und uns nicht die Adressen merken müssen. Ich gehe mal zurück in die C-Datei. Das passiert also in der REC 52.h und im nächsten Befehl wird eine Datei inkludiert eingebunden, die Standard-Input-Out.h. Da werden Funktionen definiert bzw. deklariert. Den Unterschied werden wir uns in einer der späteren Folgen auch nochmal anschauen. Der Unterschied zwischen Deklaration und Definition. Auf jeden Fall werden hier IO-Funktionen, also Eingabe-Ausgabe-Funktionen, deklariert quasi bekannt gegeben. Ich gehe mal in die Datei rein und da sieht man zum Beispiel weiter unten, dass die Funktion, die wir in dem Programm verwenden, diese Funktion printf, dass diese Funktion hier bekannt gegeben wird. Es wird im Compiler also gesagt, es gibt diese Funktion und wenn der Compiler später mal, ich gehe mal in die C-Datei zurück, weiter unten dann diese Funktion aufgerufen wird, dann weiß der Compiler, dass es diese Funktion gibt und wie diese Funktion eingebunden werden kann. So, schauen wir uns das mal im Detail an. Also, es gibt diese Datei hello.c und in dieser Datei werden letztendlich solche H-Dateien eingebunden. Was wir gesehen haben, dass in der REC 52.h beispielsweise die Ports deklariert werden. Dort wird gesagt, der Port 0 wird dann beschrieben, wenn man in die Adresse 0x80, wenn das Special Function Register 0x80 etwas reinschreibt und so weiter. Des Weiteren wird die Datei standardinputoutput.h eingebunden und dort wird bekannt gegeben, dass es eine Datei gibt oder eine Funktion gibt, die heißt printf, erwartet solche Parameter. Das gucken wir uns auch mal später an, was das bedeutet. und der Compiler weiß, okay, diese Datei besteht irgendwo und ich habe die Information, dass es die gibt und welche Argumente diese Datei benötigt. Zu dieser standardinputoutput.h gehört noch eine weitere Datei, zum Beispiel die standardinputoutput.objekt, manchmal auch innerhalb einer Library, also einer Bibliothek eingebunden. Da gibt es dann halt mehrere Objektdateien. In dieser Objektdatei steht dann tatsächlich der Code zu printf. Es reicht natürlich nicht, die Funktion nur bekannt zu geben, also dass es die irgendwo gibt, sondern letztendlich muss beim Übersetzungsvorgang letztendlich auch der Code für diese Funktion eingebunden werden. Und da steht dann entweder in dieser standardinputoutput.objekt beziehungsweise oft auch oder meistens sind mehrere Objektdateien innerhalb einer Bibliothek, einer Library zusammengefasst. Und dort findet dann während des Übersetzungsprogramms letztendlich dann der Aufruf dieser Funktion statt. So was wir dann im ersten Schritt machen, wir rufen den Compiler auf und der Compiler macht aus dieser c-Datei, aus dieser hello.c beziehungsweise aus den eingebundenen h-Dateien, letztendlich eine Datei, die heißt hello.objekt. Das können wir uns mal angucken. Ich gehe nochmal auf, oder ich gehe in den Ordner, in dem mein Programm letztendlich steht, unter kyle, examples. Also wir haben ja im Prinzip nur die Beispieldatei genommen und da gibt es einen Ordner hello. Und dort in diesem Ordner hello empfinden sich letztendlich diese einzelnen Dateien. Unter anderem die hello.c, die hat den Zeitstempel 14.40 Uhr und die hello.objekt den Zeitstempel 14.41 Uhr. Ich gehe mal zurück zu meinem Compiler und ändere mal die hello.c, speichere die Datei ab und gehe zurück und sehe, aha, da kommt ein neuer Zeitstempel dazu, 15.16 Uhr, das ist also jetzt die aktuelle Zeit. Die hello.objekt hat im Prinzip immer noch die alte Zeit 14.41 Uhr behalten. Ich gehe nochmal zurück, kompiliere jetzt meine Datei und hier Compiling hello.c, das heißt, der hat jetzt die c-Datei kompiliert. Ich gehe mal zurück und jetzt hat auch die hello.objekt den Zeitstempel 15.15 Uhr. So, das heißt, der Compiler hat letztendlich aus dieser hello.c und den einzelnen h-Dateien eine hello.objekt gemacht. Und im nächsten Schritt wird dann der Linker tätig. Der Linker nimmt jetzt diese Datei hello.objekt und auch die Datei standardinputoutput.objekt. Dort steht ja die Definition des Programms printf drin und eventuell auch noch weitere Objektdateien. Man kann auch einzelne, man kann auch selbst Programme schreiben und dort eigene Objektdateien definieren und in einer Library zusammenfassen. Und der Linker nimmt im Prinzip alle Dateien und macht dann anschließend eine ausführbare Datei. Die heißt dann je nach Compilereinstellung hello.hex oder .exe oder sonst wie .bin. Da gibt es halt verschiedene Einstellungsmöglichkeiten, je nachdem in welchem Format man die Datei benötigt. . . Vielen Dank.